Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Hollywood Schaukel 2 Sitzer. Das High-End-Produkt in unserem Hollywood Schaukel 2 Sitzer Test geht an die Poreplay Leaf. Guten und stabilen, hohe Qualität Pulverbeschichtungsbehandlung, Anti-Ost, Anti-Korrosions- und Witterungsbeständige, Tragfähigkeit von bis zu 350 kg. Gute Qualität Textilgewebe, bequem und atmungsaktiv, durable und verblassen, Vorbeugung gegen Insekten, Dach aus Polyestergewebe, atmungsaktiv, UV-Sonnenschutz, leicht Regenfast und lichtecht. Praktische Aufbewahrungstörsche auf beiden Seiten der Veranderschaukel. Beschreibung zum Aufbau Alle Teile sind super mit kleinen Aufklebern beschriftet. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Outs-Oni Hollywood Schaukel. Genießen Sie gute Zeiten zu Hause. Entspannen Sie sich im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon, während Sie hin und her schaukeln. Zwei bequeme Bänke sind überdacht. Der Polyesterabdeckung ist zudem wasser- und schmutzabweisend. So haben Sie immer einen bequemen, schattigen Platz. Der pulverbeschichtete Stahlrahmen ist wertvoll und hält auch rauen Wetterstand. Damit ist Ihre Hollywood Schaukel perfekt für den Einsatz im Garten oder auf der Terrasse geeignet. Ihr Zwei-Personen-Sitz werden komfortabel gepolstert. Die Sitzkissen sind mit hochwertigem Polyester bezogen, daher sind sie verschleißbeständig und pflegeleicht. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Hollywood Schaukel-Zwei-Sitzer-Test ist die Casaria Hollywood Schaukel. Die gemütliche Hollywood Schaukel von Casaria besticht durch ihre hochwertige Verarbeitung und Materialien. Dabei lädt die Schaukel zum Entspannen und Seele baumeln ein. Das Gestell besteht aus robustem Stahl und die Haarform der Standbeine mit Anti-Rutsch-Füßen sorgen für zusätzliche Sicherheit. Die Schaukelbänke kommen in neuen trendigen Farben daher und passen zu jedem Einrichtungsstil. Die Schaukeln setzen ein absolutes Highlight in Ihrem Garten. Durch das individuell verstellbare Dach sind Sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Im Handumdrehen können Sie den Sonnenschutz Ihren Bedürfnissen und Gegebenheiten anpassen und perfekt im Schatten entspannen. Das Polster kann bei Bedarf aufgelegt und bei Nichtgebrauch verstaut werden. Wenn dir das Video gefallen hat würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.